Hört man mich gut? Also es geht um die Frage von Reformismus oder Revolution. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, der Reformismus, also der Versuch, den Kapitalismus zu reformieren, zu verwalten, anstatt ihn zu überwinden und zu stürzen, ist einfach zur wichtigsten, zur entscheidendsten Stütze für das kapitalistische System geworden. Wie auch Lenin irgendwie schon gewusst hat, der eben gesagt hat, ohne die Reformisten würde der Kapitalismus keine sechs Wochen durchhalten. Und wir werden uns spezifisch anschauen, wie sich der Reformismus eben nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Vor allem auch speziell, wie er sich in Österreich entwickelt hat. Konkret, wie sich die Sozialpartnerschaft, also dieser tiefe Klassenkompromiss, der sich in dieser Zeit entwickelt hat. Weil es, glaube ich, wirklich zentral ist, erstens Nachhalt in der Arbeiterbewegung in Österreich, aber zum großen Teil auch in Europa. Und es wichtig ist, als Revolutionäre das in erster Linie zu verstehen, um irgendwie den Einfluss des Reformismus zurückdrängen zu können. Und eben, ich sehe, es sind auch viele Leute nicht aus Österreich da. Es wird, glaube ich, auch lehrreich sein für generelles Verständnis für diese Periode nach dem Zweiten Weltkrieg. Womit ich auch beginnen will, am Ende des Zweiten Weltkriegs standen zwar quasi zwei Supermächte sich gegenüber nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf der einen Seite die USA, die irgendwie den Kapitalismus verkörpert hat. Und auf der anderen Seite die Sowjetunion irgendwie, die schon komplett vom Stalinismus degeneriert war. Und das Resultat eigentlich des Zweiten Weltkriegs war, dass der Kapitalismus eigentlich auf Weltebene extrem geschwächt war. Und auch das Resultat der ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Konkret mit Osteuropa, Jugoslawien und spätestens mit der Chinesischen Revolution 1949 war auf einem Drittel der Erdoberfläche der Kapitalismus als Produktionsverhältnis überwunden. Und man kann sich das irgendwie gut vorstellen, was für ein Schrecken und was für eine Angst das den Bürgerlichen irgendwie beschert hat. Konkret hat sich die USA unter den Bedingungen quasi, wie gesagt, ein Drittel nicht kapitalistisch, unter den Bedingungen irgendwie dem kapitalistischen Wiederaufbau in Europa und in Japan verschrieben. Unter anderem mit dem Marshall-Plan und hat irgendwie alles dafür getan, dass irgendwie die Gefahr des Kommunismus, die Gefahr der Revolution eingedämmt wird. Ein Containment, wie sie das genannt haben. Und diese Angst war irgendwie nicht unbegründet und es ging dabei vor allem um die Angst vor Revolutionen im Westen, in Europa, in Westeuropa insbesondere. Und da gab es auch allerhand Bewegungen und revolutionäre Situationen. Und konkret mit der Situation irgendwie, dass allein in Italien oder in Griechenland und Frankreich man irgendwie Partisanenbewegungen gehabt hat und Betriebsbesetzungen, die irgendwie zum Sieg des Faschismus extrem beigetragen haben. Und ja, de facto eine revolutionäre Situation irgendwie in diesen Ländern geherrscht hat 1945. Und gleichzeitig gab es auch in Deutschland, in Österreich, in Japan und Ansätze davon auch in den USA große Betriebsbesetzungsbewegungen und militante Arbeitskämpfe. Und der europäische Kapitalismus war extrem instabil und gleichzeitig war die Arbeiterklasse in einer extrem starken Position. Und das ist eben eine Situation, in der sich eben die Bürgerlichen, die zum großen Teil einfach vor allem in den Ländern, wo irgendwie der Faschismus geherrscht hat, fast inexistent geworden ist, weil die allermeisten alten Nazis irgendwie vertrieben worden sind. Flohen von der Roten Armee oder teilweise eben, wie ich später erklären werde, selber von den Arbeitern irgendwie aus den Betrieben vertrieben worden sind. Und unter den Bedingungen haben die Bürgerlichen nichts anders können, als sich auf die Reformisten, auf die Sozialdemokratie und die Kommunisten irgendwie zu stützen. Konkret, Ted Grant, der irgendwie einen guten Text geschrieben hat zu dieser Zeit, zur Situation in Europa, er heißt Demokratie oder Bonapartismus in Europa, 1946, der analysiert das so. Mit dem Sieg der Roten Armee und dem Zusammenbruch des Hitler- und Mussolini-Regimes wurde das Problem der sozialistischen Revolution oder die Frage der sozialistischen Revolution in ganz Europa auf die Tagesordnung gesetzt. Die reaktionären Kräfte waren ohne eine starke Basis in der Bevölkerung, ohne einen starken, stabilen Militär- und Polizeiapparat. Die alliierten Armeen konnten nicht lange eine stabile Stütze für die Reaktion und die offene Militärdiktatur sein. In den meisten europäischen Ländern sah sich die Bourgeoisie mit einem Massenaufstand konfrontiert, den sie mit ihrer eigenen Kraft nicht im Zaum halten konnten. Wie gesagt, die Beispiele sind irgendwie angeführt in Italien, Griechenland, Frankreich und eben auch Deutschland und Österreich. Und er fügt dem hinzu, nichts konnte das kapitalistische System in Westeuropa retten, außer dem Verrat der Sozialdemokratie und des Stalinismus. Und Ted Grant bezeichnet irgendwie diese Phase nach dem Zweiten Weltkrieg als Kontra-Revolution in demokratischer Form, was irgendwie diese Situation, glaube ich, sehr gut fasst. Zum einen war es irgendwie eine Kontra-Revolution, um diese revolutionären Wellen der Arbeiterklasse zurückzudrängen und im Zaum zu halten, einzudämmen. Und auf der anderen Seite war es eben eine Kontra-Revolution nicht des Faschismus, nicht einer Militärdiktatur, sondern mit der Sozialdemokratie und mit der Kommunistischen Partei und mit dem Parlamentarismus. In Ländern, die wir uns eben jetzt gleich irgendwie anschauen werden, also Österreich, Deutschland, aber auch Großbritannien, hat die Sozialdemokratie die zentrale Rolle gespielt, irgendwie diesen Klassenkampf zu managen, den Zaum zu halten und den Kapitalismus wieder sattelfest zu machen. Aber auch eben die Rolle des Stalinismus, die Ted Grant irgendwie hier klar hervorhebt, ist extrem wichtig für das Verständnis, weil eben das Resultat des Zweiten Weltkriegs war, dass der Stalinismus für eine ganze Periode extrem gestärkt worden ist. Die Rote Armee war die zentrale Kraft, die den Faschismus gestürzt hat und in Osteuropa und durch der Partisanenbewegung in Jugoslawien wurde eben dort der Kapitalismus überwunden. Und der Stalinismus hatte eine viel stärkere Position als vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die hat er eben genutzt, um sich schön mit dem Bürgerlichen gemeinsam Europa irgendwie aufzuteilen in verschiedene Einflusszonen. Und die Einflusszonen, wo nicht direkt der Kapitalismus irgendwie überwunden worden ist, dort hat der Stalinismus gezielt irgendwie die Stabilität für die Kapitalisten durchgesetzt, hat dazu beigetragen, dass man diese Partisanenbewegungen im Zaum hält und entwaffnet und mit dem Bürgerlichen, mit der Sozialdemokratie irgendwie für Stabilität sorgt. Ich glaube, Frankreich, Italien und Griechenland sind irgendwie die Länder, wo hier am wichtigsten sind, wo die kommunistischen Parteien die stärkste Position gehabt haben. In den meisten Fällen sogar stärker als die Sozialdemokratie, wenn es um die Arbeiterparteien geht. Genau. Wie war das nun konkret irgendwie in Österreich? Österreich ist eben Teil dieses gesamten Prozesses, wie wir nachher irgendwie anschaulich, glaube ich, sehen werden. Und eben, es ist eine Situation, die in ganz Westeuropa geherrscht hat. Dass der Sieg über den Faschismus und der Zusammenbruch des NS-Regimes die Situation komplett auf den Kopf gestellt hat und insbesondere in der Wirtschaft, insbesondere in den Betrieben das Kräfteverhältnis extrem zugunsten der Arbeiterklasse verschoben hat. Zum einen, wie gesagt, viele Nazis, die auch gleichzeitig in der Wirtschaft, in der Industrie tonangebend waren, die sogenannte NS-Betriebsführer, sind entweder selber geflohen oder wurden selber vertrieben. Und zwar wirklich nicht einfach nur von der Roten Armee oder so, sondern wirklich auch von den Arbeitern selber. Diese eigenständige Rolle, die die Arbeiterklasse in dieser Situation spielt, ist wirklich enorm und entscheidend für diese Situation. Konkret war es so, dass die Politik der Nazis irgendwie am Ende des Zweiten Weltkriegs war irgendwie eine Politik der verbrannten Erde, dass sie irgendwie fliehen und nur zerstörte Fabriken, zerstörte Infrastruktur irgendwie zurücklassen, die Wirtschaft versuchten zu sabotieren. Und genau in dieser Situation war es die Arbeiterklasse, die das irgendwie verhindert hat, oder eben alte, ramponierte, zerstörte Betriebe, Fabriken, Maschinen wieder in Gang gesetzt haben und dadurch wirklich die Kontrolle über die Produktion und über die großen Fabriken übernommen hat. Ja, konkret zum Beispiel in der Obersteiermark, wo auch zusammen mit der Partisanenbewegung, die wirklich von Fabrik zu Fabrik gegangen sind am Ersten Weltkrieg, noch bevor die Alliierten gekommen sind und diese NS-Führer irgendwie rausgeschmissen haben aus den Fabriken und überall Komitees gegründet haben, Betriebskomitees. Die Eisenbahn wurde wieder instand gesetzt, irgendwie von der Arbeiterklasse selber und die Großindustrie, vor allem Metall und die ganze Rohstoffförderung. Und es gibt auch, wie soll man sagen, ein Zeitsorger, irgendwie Franz Rauscher, der sich erinnert an diese Zeit und der sagt, ich erinnere mich beispielsweise an die frühen Stickstoffwerken, die später in Chemie Linz und an das Aluminiumwerk in Ranzhofen, auch in Oberösterreich, wo von der Belegschaft große Plakate angebracht wurden, auf denen zu lesen war, wir sind ein Betrieb der Gemeinschaft, wir stehen im Dienste des ganzen Volkes. Und damit wurde die sorgfältige Materialverwendung zugunsten eines raschen Wiederaufbaus appelliert. Die Arbeiterschaften in den Betrieben kannten die Probleme sehr genau und trat vielleicht mit eigenständigen und praktikablen Lösungsvorschlägen hervor. Es gab auch gar nicht wenig unbezahlte Überstunden, Sonderschichten und andere freiwillige Einsätze zugunsten des Wiederaufbaus eines vom Faschismus befreiten Österreichs. Und der war eben involviert direkt in diese Betriebsbesetzung und diesen Situationen des Wiederaufbaus, die die Arbeiterklasse einfach getragen hat und so wirklich eine extreme Position gehabt hat in der Wirtschaft. Insgesamt waren es über 6000 Betriebe, die von der Arbeiterklasse wieder instand gesetzt worden sind in Österreich und öffentliche Verwaltung gestellt worden sind zu der Zeit. Wie gesagt, spontan wurden Betriebsversammlungen abgehalten in den meisten Betrieben. Ebenfalls spontan, ohne dass eine Anordnung von oben gegeben hätte, wurden Betriebsräte gewählt oder Vertrauensleute. Vertrauensleute und die Arbeiterklasse politische Forderungen erhoben. Zum einen irgendwie zur Verbesserung der Versorgungslage, der Löhne, aber insbesondere zur Forderung der Verstaatlichung. Was man irgendwie extrem damit verbunden hat, dass der Kampf gegen den Faschismus auch ein Kampf gegen den Kapitalismus und das Privateigentum ist. Unter dem Druck kam es auch zu weitreichenden Verstaatlichungen. Gerade in Österreich kam es eigentlich zu der Zeit zu den weitreichendsten Verstaatlichungen in einem kapitalistischen Land und so weit, dass 1953 68 Prozent aller Aktiengesellschaften, also wirklich der großen Konzerne, in öffentlicher Hand waren und auch drei Banken irgendwie verstaatlicht worden sind. Und, das ist aber, glaube ich, wichtig zu verstehen, der Druck ist von unten gekommen, aber die Sozialdemokratie und die Bürgerlichen haben diese Forderung oder mussten diese Forderung irgendwie aufnehmen und haben das für ihre Zwecke beansprucht, nämlich zum Zweck des kapitalistischen Wiederaufbaus, was eigentlich zu der Zeit extrem wichtig war, wo es de facto keine Großbourgeoisie mehr gab, keine Kapitalistklasse im eigentlichen Sinne zu der Zeit. Und das Muster ist irgendwie immer gleich. Konkret hat diese staatliche Industrie, bestand vor allem aus Rohstofflieferanten, also irgendwie 99 Prozent der Erzrohstoffe wurden beispielsweise verstaatlicht, das Gleiche für Stahl etc. Also die Rohstoffförderung wurde verstaatlicht, um der Privatindustrie, um dem Privatkonzern billige Rohstoffe zu garantieren, um diese Wirtschaft im Interesse der Kapitalisten wieder aufbauen zu können. Und genau, für diese Situation während des Zweiten Weltkriegs ist, glaube ich, wirklich zu verstehen, dieser Gedanke, dass Bürgertum, die Kapitalistenklasse, als organisierte Klasse einfach inexistent war in Österreich. Man muss sich das vorstellen, 6.000 Betriebe irgendwie unter Verwaltung der Arbeiterklasse, die allermeisten ehemaligen Besitzer oder Verwalter waren Nazis und wurden verdrängt irgendwie. Das war unmöglich, dass irgendwie große Betriebe hier noch der Hand von Nazis irgendwie bleiben. Später war es wieder anders so. Das hat sich irgendwie umgekehrt. Die Entnazifizierung gab es nicht als ernsthaft irgendwie. Aber in dieser Situation in den ersten Jahren war das unmöglich, dass die wieder Besitzanspruch gelten machen. Das kam erst einige Jahre irgendwie danach. Und eben diese Situation, wo es kein Bürgertum irgendwie gibt, kein organisiertes, das machte eben eine Zusammenarbeit und eine extrem tiefe Einbindung der Organisation der Arbeiterklasse notwendig. Eine viel tiefere, als es jemals davor gab. Und das ist wirklich ähnlich wie in Europa, also in ganz Westeuropa, in fast jedem Land irgendwie. Aber in Österreich ging dieser Prozess wirklich am tiefsten. Es wurde eine Regierung gebildet, eine Konzentrationsregierung aus den drei großen Parteien. Aus der ÖVP, die klassische Partei des Bürgertums, die SPÖ, die Sozialdemokratie, die die dominante Kraft in der Arbeiterbewegung ist. Und ebenfalls der KPÖ, die, wie soll man sagen, zu der Zeit eine kleine Partei ist. Es kamen so fünf bis sechs Prozent irgendwie bei Wahlen erringen können. Aber sie hatte irgendwie wichtige Positionen in einzelnen Industriezonen irgendwie in Österreich. Insbesondere auch in der Obersteiermark. Und es war wichtig, irgendwie ebenfalls die einzubinden. Und es hat der Orientierung der KPÖ entsprochen, die sich diesem kapitalistischen Wiederaufbau untergeordnet hat. Und auch konkret war das die Devise, wie ich anfangs schon gesagt habe, des Stalinismus irgendwie. Der Devise irgendwie von Moskau. Die Länder, wo der Kapitalismus bestehen bleibt, wieder aufbaut. Und vor allem Österreich so als neutrale Zone wieder aufbaut. Da gibt es zum Beispiel auch eine gesamte Geschichte. Karl Renner, der erste Bundeskanzler und später Bundespräsident irgendwie der Sozialdemokratie. Sozialdemokratie, wirklich der konsequenteste Vertreter des rechten Flügels eigentlich der Arbeiterwegung und der Sozialdemokratie von Anfang bis Ende. Der auch bis zum Faschismus irgendwie weiter in Österreich leben hat können. Unter anderem wegen seiner Position zum Faschismus. Der wurde von der Roten Armee irgendwie aus seinem Wohnsitz in Glocknitz in Niederösterreich draußen hergekarrt, nach Wien geschickt. Und der Wunsch irgendwie von Renner selber, aber auch von der Sowjetunion war, dass er wieder Bundeskanzler wird. Es gibt so einen Bericht, dass Renner irgendwie einen Brief geschrieben hat an Stalin, dass er ja früher schon mal Bundespräsident war und jetzt gerne wieder eine wichtige Rolle spielen würde in Österreich. Und Stalin soll reagiert haben, das ist glaube ich nicht so gut belegt historisch, aber es passt. Er soll reagiert haben, indem er gesagt hat, was, dieser alte Verräter, den gibt es immer noch, der wird uns gute Dienste erweisen. Und so war das auch. Genau, also wie gesagt, die tiefste Einbindung der Organisation der Arbeiterbewegung, die man sich irgendwie bis dato vorstellen hat können. Es gab diese Konzentrationsregierung, es gab in den einzelnen Ministerämtern, gab es immer zwei Unterminister, die jeweils von den anderen zwei Parteien bestellt waren. Quasi diese Einheit irgendwie zu forcieren und selbst in der Gewerkschaft, das muss man sich vorstellen, in allen 16 Teilgewerkschaften, Fachgewerkschaften, wurde der Vorstand immer aus allen drei Parteien, also in zwei Arbeiterparteien, KPÖ, SPÖ und der ÖVP irgendwie, der bürgerlichen, beschickt. Es war wirklich eine tiefe Klassenzusammenarbeit und in Wirklichkeit war das schon der Anfang von dieser Sozialpartnerschaft. Das ist, also einfach die Klassenzusammenarbeit, aber wirklich eine tiefe, institutionalisierte, organische Klassenzusammenarbeit für den sozialen Frieden, Sozialpartnerschaft oder Frieden zwischen den Klassen. Aber das tatsächliche Ziel irgendwie, wofür hat es diesen Klassenfrieden, beziehungsweise was war der Charakter dieses Klassenfriedens? Es war der Wiederaufbau des Kapitalismus, der kapitalistischen Wirtschaft auf dem Rücken der Arbeiterklasse. Dafür hat es die Einbindung dieser Arbeiterorganisationen gebraucht und das auf dem Rücken der Arbeiterklasse, das ist irgendwie eines der entscheidendsten Werkzeuge dafür, waren die sogenannten Lohnpreisabkommen, die es ab 1947 gab, wo es einfach darum geht, irgendwie die Löhne und die Preise festzulegen in der Klassenzusammenarbeit, aber so, dass die Löhne weitaus schwacher steigen als die Preise und einfach extreme Reallohnverluste für die Arbeiterklasse in Kauf genommen worden sind. Also eben ein Wirtschaftsaufbau auf dem Rücken der Arbeiter und Arbeiterinnen. Als konkretes Beispiel, das vierte Lohnpreisabkommen, das irgendwie 1950 beschlossen worden ist, hat zum Beispiel zu Reallohnverlusten von 10 bis 20 Prozent geführt. Und übrigens, wer die Statistiken in Österreich kennt, so letztes Jahr war Reallohnverlust von fast zwischen drei und vier Prozent. Und statistisch, das ist der größte Realverlust seit damals, seit 1950, 1951, genau. Und der Punkt ist aber, man muss sich das vorstellen, es gab eine de facto Doppelmacht in den Betrieben, oder? Die Arbeiterklasse hat eine extrem starke Position und dieser Wiederaufbau auf dem Rücken der Arbeiterklasse, der ging nicht ohne Widerstand irgendwie von Staaten, ohne Widerstand der Arbeiterklasse. Worauf ich später irgendwie noch eingehen werde, was da der Prozess war, aber auch nicht ohne Widerstand irgendwie der Linken in der Arbeiterbewegung, insbesondere der Linken in der SPÖ. Da war, ich würde sagen, so einer, wie soll man sagen, es gab einfach eine ganze Schicht aus der Sozialdemokratie, die aktiv waren in die Illegalität, gegen den Faschismus. Und die, die quasi in die Austromarxismus-Schule gegangen sind, irgendwie Otto Bauer, der die ganze Zwischenkriegszeit eigentlich geprägt hat, die Arbeiterbewegung. Und Austromarxismus, keine Ahnung, deren Orientierung war halt wirklich den Sozialismus zu erkämpfen. Der Sozialismus war irgendwie das Ziel, aber der Weg war irgendwie auf demokratischem, parlamentarischem Weg, sollte irgendwie beschritten werden. Und genau das ist in der Zwischenkriegszeit irgendwie gescheitert, aber das haben diese Linken in der Sozialdemokratie weiter aufrechterhalten. Sie wollten den Sozialismus, aber auf reformistischem, oder sagen wir linksreformistischem Weg. Aber genau das war das Problem irgendwie für die Bürokratie, für die Rechten, in Wirklichkeit die Parteiführung, der Sozialdemokratie. Die wollten überhaupt kein Gerede mehr von Sozialismus. Diese Zielwerken, wie null und nichtig, die haben sich komplett dem kapitalistischen Wiederaufbau verschrieben. Um das konkret zu machen, irgendwie einer der bedeutendsten Vertreter der Linken, irgendwie Erwin Schaaf, formuliert die Kritik an der Parteiführung damals so. Statt sozialistischem Wiederaufbau, Auslieferung an den Kapitalismus. Für jeden Sozialisten ist das Ergebnis der dreieinhalbjährigen Wirtschaftspolitik, also schreibt das irgendwie 1947, der dreieinhalbjährigen Wirtschaftspolitik erschütternd. Sie brachte erstens die Festigung des kapitalistischen Systems und zweitens die Unterwerfung Österreichs unter das Diktat des amerikanischen Kapitalismus. Genau, also man merkt irgendwie Linksreformisten, aber die hatten irgendwie noch das Ziel irgendwie des Sozialismus. Und genau, die musste die Parteiführung irgendwie verdrängen und loswerden. Konkret haben die Linken irgendwie damals gefordert, dass man keine Koalition mit dem Bürgerlichen eingeht, irgendwie mit der ÖVP und eine Zusammenarbeit mit der KPÖ im Gegensatz anstrebt. Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in dieser Situation. Dieser kapitalistische Wiederaufbau wäre nicht möglich gewesen mit der Zurückdrängung dieser Linken an der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie. Und das irgendwie nicht mit gelindenden Mitteln, sondern man ist extrem hart gegen die Linken vorgegangen in der SPÖ, weil es auch einfach notwendig war. Also 1947 zum Beispiel hat die Linke in der SPÖ ein Drittel am Parteitag 1947 ein Drittel aller Delegierten hinter sich versammelt, irgendwie für eine Resolution. Also die Bürokratie, die Parteiführung hat das irgendwie als gut im Grunde als Gefahr gesehen irgendwie für den kapitalistischen Wiederaufbau und hat extrem dagegen mobilisiert mit bürokratischen Mitteln, mit Verunglimpfung, mit Leuten irgendwie an den Rand drängen und schlussendlich mit Ausschlüssen. Mit mehreren Ausschlüssen, aber der wichtigste und bedeutendste Ausschluss war eben 1948 von Erwin Schaaf, den ich irgendwie vorhin genannt habe. Und neben Erwin Schaaf ist wahrscheinlich die andere wichtige Figur der Linken zur damaligen Zeit Hilde Krones gewesen, den wir eine Einheit gebildet haben in der SPÖ. Und nach dem Ausschluss 1948 von Erwin Schaaf wurde die extrem isoliert und diffamiert. Muss ich vorstellen, das waren beide auch Mitglieder im Nationalrat, irgendwie Parlamentsabgeordnete und sie waren irgendwie im Parteivorstand, irgendwie in der Führung von der Sozialdemokratie. Und nachdem Schaaf ausgeschlossen worden ist, war Krones quasi komplett alleine irgendwie an der Spitze der Sozialdemokratie, die sich extrem Druck ausgesetzt gefühlt hat. Was schlussendlich in ihrem Selbstmord am 13. Dezember 1948 geändert hat, weil sie diesem Druck irgendwie nicht mehr standhalten können. Und weil die Linken einfach nicht, ja, es war keine fest organisierte irgendwie Gruppe, sondern die ist in Wirklichkeit zerfallen auf Basis von diesen extremen Angriffen der Bürokratie. Das muss man sich vorstellen, das waren die Methoden, mit denen die Linken in der Sozialdemokratie besiegt worden sind. Und der Rest, der quasi verblieben ist in der Sozialdemokratie, war komplett isoliert und marginalisiert und hat in Wirklichkeit einfach angefangen, nichts mehr politisches zu sagen, was die Parteiführung herausfordern wird, sondern sich vor allem zum Beispiel auf Bildungsarbeit zu konzentrieren und zu verstehen, wann die Linken Spielräume quasi da sind, wo die Parteiführung einen zulässt. Neben der Gruppe rund um Erwin Schaaf und Hilde Krones war das eigentlich vor allem die Linken rund um die sozialistische Jugend, vor allem Josef Hindels, der vielleicht manchen irgendwie noch ein Begriff ist, die einfach nichts mehr gesagt haben, womit sie die Parteiführung wirklich konkret herausfordern hätten. Konkret, Josef Hindels beschreibt die Situation irgendwie damals so, die klein gewordene linke Gruppe, die nach dem dramatischen Bruch mit Erwin Schaaf und seinen Freunden in der SPÖ zurückblieb, sah sich einer Progromstimmung gegenüber. Jedes kritische Wort von Links, auch in Fragen der Tagespolitik, führte zu gehässigen Reaktionen. Die Linke wurde von allen Mandaten und wichtigen Funktionen ferngehalten. Und eben Hindels selber ist quasi zurückgewichtet mit seiner Kritik in der Situation an den Rand der SPÖ. Und ich glaube, wichtig zu verstehen ist, da geht es nicht um eine Debatte irgendwie zwischen Links und Rechts in der Sozialdemokratie oder so, sondern das ist Ausdruck vom Klassenkampf. In letzter Konsequenz ist das Ausdruck von einem Prozess in der Arbeiterklasse, die zu der Zeit einfach gekämpft hat, um ihr Überleben irgendwie. Und das sieht man irgendwie auch ganz gut an diesem Parteitag 1948. Neben der erwähnten Hilde Krones gibt es nur eine Person, die sich in Wirklichkeit traut, unter diesem extremen Druck gegen den Ausschluss Stellung zu beziehen an diesem Parteitag. Das ist Michael Sieberer, nicht sonderlich bekannt in der Arbeiterbewegung, aber er ist der Delegierte aus Steyr. Steyr war und ist in der ganzen Zeit eigentlich eine der Hochburgen der Arbeiterbewegung. Und er geht dort auf der Bühne, verzeidigt Erwin Schaaf, erklärt irgendwie, warum er nicht ausgeschlossen wird. Aber er beginnt diese Rede, indem er sagt, ich bin hier auf den ausdrücklichen Wunsch der Arbeiterklasse aus Steyr. Also man muss sich das vorstellen, irgendwie hat er das beobachtet und hat irgendwie Stellung bezogen. Also dieses Battling mit der Linken in der Sozialdemokratie, das war Ausdruck dieser Prozesse in der Arbeiterbewegung, die eben auch nicht ohne Widerstand diese Klassenkollaboration und diese extreme Angriffe auf die Arbeiterklasse hingenommen haben. Konkret hat 1946 eine ganze Reihe von Streiks gegeben und zwar spontane Streiks, ohne dass die Führung dafür aufgerufen hätte, ohne dass die Gewerkschaftsführung das unterstützt hätte. Streiks irgendwie höhere Löhne, bessere Versorgungslage verlangt hat. Auch sogenannte Kalorienstreiks, wie man es damals genannt hat, weil zu der Seite die Versorgungslage wirklich miserabel war. Am 5. Mai gab es beispielsweise eine Demonstration mit 20.000 direkt vor der Zentrale der Gewerkschaft in Wien. Und 1947 kommt es zu den ersten großen Streikbewegungen gegen dieses erste Lohnpreisabkommen, das diese Lohnverluste festschreibt. Auch 1948 wiederholt sich das beim nächsten Lohnpreisabkommen, 1949 und schlussendlich 1950 irgendwie mit der bis dato größten Streikbewegung, dem Oktoberstreik, wo eine Generalstreikbewegung, in der über 200.000 Arbeiterinnen teilnehmen und mit wirklichen Massendemos, nicht nur in Wien, sondern eben auch in Steyr, in Linz, irgendwie in den Hochburgen der Arbeiterbewegung. Und was waren irgendwie die Methoden des ÖGBs, des Gewerkschaftsbundes und der SPÖ, um mit diesen Kämpfen fertig zu werden? Erstens haben sie nicht unterstützt, weder politisch noch finanziell. Und in Wirklichkeit sind sie mit ähnlich rabiaten Mitteln irgendwie gegen sie vorgegangen, wie innerhalb der SPÖ. Ja, indem man diese Arbeiter, insbesondere die Führung, extrem magnetisiert hat. Ein Beispiel, 1948 gab es einer der längsten Streiks der österreichischen Geschichte, wie der Streik der Schuharbeiter. 62 Tage durchgehend fast 5.000 Arbeiter gestreikt haben und der ÖGB hat den Streik in den Lebensmittelkarten irgendwie entzogen, dass sie irgendwie Rationen nicht bekommen und dem Streikkomitee irgendwie sogar Sammelaktionen als Unterstützung für den Streik untersagt. Und die rabiatesten Mitteln sind der wirkliche Anfang, würde ich sagen, der Durchsetzung dieser Sozialpartnerschaft und des Klassenkompromisses, war die Niederlage des Oktoberstreiks 1950, wo wirklich diese Generalstreikbewegung von der Gewerkschaft niedergeschlagen worden ist. Tatsächlich wortwörtlich, unter anderem hat die Gewerkschaft Bauholz Schläger-Trupps organisiert gegen Streikende. Es kam zu allen möglichen, wirklich so Slender-Campaign irgendwie, dass ein Putsch bevorstehen würde von den Kommunisten, dass das der Oktoberstreik irgendwie ausmachen würde, von dem sich die Gewerkschaft übrigens erst 2016 distanziert hat, die Gewerkschaftsführung, also 66 Jahre danach, ein bisschen so wie die katholische Kirche sich irgendwie eine ewige Zeit danach für die Inquisition entschuldigt. Und das Ergebnis der Niederlage dieses Oktoberstreiks war wirklich eine Säuberung der Gewerkschaft mit massenhaften Ausschlüssen aus der Gewerkschaft, vor allem von den Streikführern, vor allem auch von KPÖ, aber auch von den Linken in der sozialdemokratischen Gewerkschaft und der Aussperrung von militanten Kollegen. In diesen Hochburgen, Steyr, Dins und in den großen Fabriken wurden wirklich Hunderte entlassen, die an diesem Streik teilgenommen haben und die zentrale Rolle gespielt haben. Also mit den Mitteln wurde quasi dieser Klassenkompromiss durchgeboxt. Und das heilt in Wirklichkeit bis heute nach, diese Sozialpartnerschaft, die zur Entwaffnung der Arbeiterbewegung geführt hat und zu einer extremen Entdemokratisierung. Ja, das kann man anhand von den verschiedensten Feldern irgendwie ablesen. Einer der augenscheinlichsten ist, glaube ich, dass die Wahlperioden für Betriebsräte, für die Vertrauensleute in den Betrieben extrem verlängert worden sind. So alle paar Jahre oder Jahrzehnte wurden sie irgendwie verlängert. Anfang von der Nachkriegsperiode war es noch ein Jahr, dass man jedes Jahr irgendwie den Betriebsrat gewählt hat. In den 70ern waren es zwischen drei Jahre und heute ist die Periode irgendwie über fünf Jahre. Also man wählt alle fünf Jahre irgendwie den Betriebsrat an den Arbeitsplätzen. Das bedeutet, dass insbesondere junge Arbeiter, die extrem schnell durchgejagt werden durch die Betriebe, eigentlich kein einziges Mal die Möglichkeit haben in der Regel, ihre eigene Führung zu wählen. Und auf dieser Grundlage, auf dieser Entwaffnung, auf Basis von dieser Entdemokratisierung in der Arbeiterbewegung wurde diese Sozialpartnerschaft allumfassend durchgesetzt in den 50ern und 60ern. Es wurden quasi verschiedenste Kommissionen, Abteilungen gegründet, die jeweils immer paritätisch besetzt waren. Also eben so wie anfangs gesagt aus allen Vertretern der Arbeiterbewegung, aber auch der Bürgerlichen, oft 50-50. Einer der wichtigsten dieser Kommissionen war die Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen. Also muss ich euch das vorstellen, quasi das, was davor durch diese Lohn- und Preisabkommen passiert ist, haben sie jetzt institutionalisiert, wo man einfach dauerhaft diese Fragen bestimmt hat. Die Fragen wurden eh 50-50, bürgerlich und von der Arbeiterbewegung von Vertretern irgendwie bestimmt. Und in Wirklichkeit nicht unbedingt direkt von der Regierung. Also in Wirklichkeit stellte die Sozialpartnerschaft so eine Art Schattenregierung, so eine Art zweite Regierung, wie damals in wirklich extremen Einfluss gehabt hat auf Wirtschaftsfragen und politische Fragen. Und der Höhepunkt dieser Sozialpartnerschaft und auch der Höhepunkt des Einflusses der Sozialdemokratie war schlussendlich in den 70ern die Ära Kreisky irgendwie. Kreisky, das war der Bundeskanzler 1970 bis 1983 irgendwie für eine sehr lange Zeit. Und bis heute ist das so der unangefochtene Hero der Reformisten. Und David, das ist wahrscheinlich der einzige Name aus dieser Zeit, den wirklich ein großer Teil der Bevölkerung in Österreich kennt. Und der Grund ist ganz einfach, weil in seiner Regierungsperiode wurden wirklich viele wichtige Reformen umgesetzt. Nicht nur eine Verkürzung der Arbeitszeit, mehr Urlaub, Ausbau des Sozialsystems, die Fristenlösung irgendwie, die erste Möglichkeit, das legal abtreiben kann bis zu drei Monate, die Gleichstellung von ehelichen, unehelichen Kindern, Legalisierung von Homosexualität, eine Familienrechtsreform, die Durchsetzung von freiem Hochschulzugang, gratis Schulbücher und so weiter. Also das alles fällt in Wirklichkeit in die ersten vier, fünf Jahre seiner Regierungszeit. Und das ist wirklich der Höhepunkt auch des Reformismus, wo er wirklich Reformen bringen hat können. Also zu einer Zeit, und das war auch die Grundlage für Kreisky's Reformpolitik, zu einer Zeit, wo die Wirtschaft extrem geboomt hat, wo dieser Nachkriegsboom dieser Reformen erlaubt hat. Und in Wirklichkeit Kreisky erlaubt hat, alle gesellschaftlichen Kräfte gleichermaßen zufriedenzustellen. Denn ich glaube, ein treffendes Beispiel ist, dass zum einen die Waffenindustrie unter Kreisky wieder aufgebaut worden ist, als Teil der Modernisierung auch der Wirtschaft und der Position irgendwie Österreichs am Weltmarkt. Es hat auch zu Protesten hingeführt, vor allem von den Linken und von der sozialistischen Jugend irgendwie, oder generell von der Jugendorganisation. Und ein treffendes Beispiel ist der Befreiungskampf in der Westsahara. Die Regierung Kreisky hat zum einen humanitäre Hilfsgüter in die Westsahara geschickt, um diese Befreiungsbewegung zu unterstützen. Und gleichzeitig die Panzer irgendwie in das marokkanische Regime, was auch irgendwie ein großer Skandal war, als das rausgekommen ist. Aber man kann sich das irgendwie vorstellen, oder? Wenn man versucht, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. Und in Wirklichkeit die wichtigste Rolle und der Charakter seiner Politik war, dass alles, was er gemacht hat, eigentlich dem zentralen Wunsch der Bürgerlichen entsprochen hat. Dieses Land, diese Wirtschaft in Wirklichkeit in Richtung 21. Jahrhundert zu bringen. Ja, man die einfach modernisiert. Und in Wirklichkeit hat die SPÖ das zu der Zeit wahrscheinlich viel besser gekonnt als die ÖVP. Die einfach extrem große Basis irgendwie in der Bauernschaft hat, extrem konservatives Klinietil. Wo man einfach sagen muss, ich glaube, die SPÖ waren zu der Zeit einfach die besseren Bürgerlichen. Die ÖVP hätte das nicht so gut und so leicht irgendwie umsetzen können. Ein anderer Punkt, und da sieht man irgendwie dieses Erbe, diesen Charakter der Sozialpartnerschaft mit der Zurückdrängung, mit der Demokratie und der Linken, geht hier irgendwie weiter. Weil in Wirklichkeit Kreisky, heute hat er den Ruf, ein Linker zu sein, aber er war in Wirklichkeit nie ein Linker, er war irgendwie ein Rechter der Partei. Und er hat es zu tun gehabt mit einer Opposition auch in der Sozialdemokratie, insbesondere von den Jugendorganisationen. Man muss sich das vorstellen, das war irgendwie zu einer Zeit, wo die Eisenstädter Beschlüsse gefasst worden sind von der Regierung, die den Sozialdemokraten verboten haben, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten. Aber zur gleichen Zeit hat Kreisky irgendwie nicht weniger als drei alte Nazis in die Regierung gelassen. Der bekannteste wahrscheinlich war sogar Verteidigungsminister. Und da gab es Riesendemos, insbesondere eben von den sozialistischen Jugendorganisationen und von den kommunistischen Jugend- und Studentenorganisationen irgendwie, die das irgendwie verurteilt haben, weil eben so mit Nazis zusammenarbeiten und in der gleichen Situation diese Einheitsfront zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten irgendwie versuchen zu sanktionieren. Die Linke wurde erneut in Wirklichkeit ziemlich an den Rand gedrängt. Zum einen mit dezidiert Ausschlüssen in der Jugendorganisation, aber zum anderen auch ähnlich, in Wirklichkeit eher ein bisschen ähnlich wie Ende der 40er, mit Diffamierungen, Leuten irgendwie in den Rand drängen. Es gibt auch so viele Berichte, wo irgendwie alle linken Kritiker irgendwie automatisch, wenn man irgendeine Kritik an Kreisky hat, als ein Nestbeschmutzer bezeichnet worden ist und gesagt, dass man irgendwie die Klappe halten soll. Und ich glaube, ein wirklich wichtiges Erbe dieser Reformpolitik der Kreisky-Zeit ist, dass diese Stellvertreterlogik und Politik, die einfach die Sozialpartnerschaft auch irgendwie ausmacht, quasi komplett durchgesetzt worden ist in der Arbeiterbewegung. Und das ist irgendwie auch logisch, weil diese ganzen Reformen, die einfach extreme Errungenschaften waren, sind durchgesetzt worden, indem sich ein kleiner Teil der Arbeitervertreter und einen kleinen Teil irgendwie der Bürgerlichen trifft und diese Agreements macht und diese Deals aushandelt. Und der Klassenkampf und wirklich die aktive Rolle der Arbeiter eine untergeordnete, eine absolut marginalisierte Rolle spielt. Und einer, der damals irgendwie in den 70er Jahren eben einer der Kritiker von Kreisky war und auch einer von diesen Linken in der SPÖ, der fasst das irgendwie so zusammen. Ein äußerst wichtiger Kritikpunkt an dieser Phase der Geschichte der SPÖ ist, dass die Arbeiterklasse durch die Sozialpartnerschaft völlig entmündigt wurde. Die Argumentation von ÖGB und SPÖ-Spitze lautete, das machen wir schon für euch. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. In einigen Fällen kam es zu wilden Streiks, wo Arbeiterinnen diese Logik durchbrachen und diese Kämpfe unterstützten wir solidarisch. Aber es hat nicht verhindert, dass irgendwie die Linken und insbesondere, der das geschrieben hat, Gerhard Taschler schlussendlich irgendwie aus der SPÖ ausgeschlossen worden ist. Ich glaube Ende der 70er, Anfang der 80er. Und das ist, glaube ich, absolut wichtig, diese Sozialpartnerschaft und diese Kreisky-Zeit einzuordnen, weil heute, insbesondere unter, nicht nur unter den Linken irgendwie, in der ganzen Sozialdemokratie wünscht man sich ein Zurück zu Kreisky, ein Zurück zu den 70ern. Die Debatte irgendwie jetzt, die aufgekommen ist in 32-Stunden-Woche, alle Linken, auch Andreas Babler die Forderung eingeführt hat in die Debatte und erhoben hat, die sagen, diese 32-Stunden-Woche, diese Arbeitszeitverkürzung, easy, das geht mit der Wirtschaft, mit dem Bürgerlichen, so wie in den 70ern. Sie bezeichnen das irgendwie als ihre Modellvorstellung. Aber es ist wichtig zu verstehen, diese Sozialpartnerschaft wie damals irgendwie, die wirklich Reformen gebracht hat, die wirklich Errungenschaften für die Arbeiterklasse auch abgeworfen hat aus diesem Wirtschaftsausschuss, gibt es nicht mehr. Seit der Krise Mitte der 70er, Anfang der 80er, seit dieser Krise sind absolute Trendwände angebrochen. Die Kapitalisten garantieren immer weniger Spielraum für Reformen, die sie den Arbeiterorganisationen irgendwie lassen können. Und mit dieser Situation ist die Sozialpartnerschaft in Wirklichkeit, hat sich extrem zurückentwickelt. Und heutzutage, die Sozialpartnerschaft, so wie damals, dass es wirklich eine Schattenregierung war, die sich die großen Fragen mitentschieden hat, die teilweise sogar wichtiger war als die Regierung, die gibt es heute nicht mehr. Das hat begonnen in den 80ern mit der großen Privatisierungswelle irgendwie der verstaatlichten Industrie, wo es heute nur noch ein Stück dieser Verstaatlichten gibt, mit einer Auflösung dieser ganzen sozialpartnerschaftlichen Kommissionen, insbesondere auch in den 90ern im Zuge des EU-Beitritts. Beispielsweise diese Preis-Lohn-Kommission, wo ich vorhin erzählt habe, spielt seit den 90ern keine Rolle mehr, hat keinen einzigen relevanten Beschluss mehr gefasst. Und das ist eine Situation, wo die Organisationen der Arbeiterbewegung trotzdem immer wieder eingebunden werden von den Bürgerlichen, wo diese Sozialpartnerschaft in Worten immer wieder beschwört wird. Aber wenn die Reformisten angebunden werden, dann nur um diese Verschlechterung, die die Krise einfach notwendig macht, um die Angriffe auf die Arbeiterklasse mitzuverwalten und mitzuargumentieren in der Arbeiterbewegung. Das ist der große Unterschied zu damals. Genau, das ist auch wichtig zu verstehen, weil das ist der Grund für die Krise des Reformismus, für die Krise der Sozialdemokratie schlussendlich. Sie können keine Reform mehr garantieren, sondern wenn sie in der Regierung sind, wenn sie irgendwie eingebunden werden von den Bürgerlichen, dann können sie nur Verschlechterung garantieren und müssen Kontrareformen umsetzen. Und ich glaube, es sind irgendwie schlussendlich zwei grundlegende Thesen und Schlüsse, die man irgendwie aus dieser ganzen Geschichte des Reformismus nach dem Zweiten Weltkrieg ziehen sollte. Erstens, dass es überhaupt keine Basis mehr gibt für diesen Reformismus, dass jede relevante Reform oder auch jede Reform irgendwie für die Arbeiterklasse ohne Klassenkampf nicht umgesetzt werden kann inmitten des Krisenkapitalismus. Und dass diese Sozialpartnerschaft, diese ganze Logik des Klassenkompromiss extrem, wie soll man sagen, so ein politisches Vermächtnis hat, extrem das Denken der Arbeiterklasse und der Sozialdemokratie bestimmt diese Stellvertreterlogik, dass irgendwie, ja, in Wirklichkeit die Arbeiterklasse entwaffnet worden ist und wieder anfangen muss, sich zu bewaffnen irgendwie mit der richtigen Theorie und mit dem Verständnis, dass man irgendwie in Wirklichkeit die Kontrolle über den eigenen Arbeitskampf irgendwie zurückerobert, anstatt dass eine kleine Gruppe von Verhandlern irgendwie aus Sozialpartnern über den Arbeitskampf und über die Arbeiterklasse irgendwie bestimmt. Das ist irgendwie relevant bei jeder einzelnen Lohnverhandlung, wo das so ist, dass ein kleines Verhandlungsteam irgendwie tonangebend ist und schlussendlich bestimmt, wann ein Streik angefangen wird und wann ein Streik beendet wird. Das ist irgendwie in der SPÖ der Fall, in der Sozialdemokratie, in der sozialistischen Jugend, überall wo dieses Denken, man kann die Führung doch nicht offen kritisieren, man muss immer schlau und taktisch denken und darf in Wirklichkeit gar keine Kritik irgendwie üben an dieser Organisation. Das ist das politische Vermächtnis der Sozialpartnerschaft, das extrem nachhaltend in diesem Land. Und das, was wir dem entgegenstellen, ist die Kontrolle über den eigenen Arbeitskampf und der Protagonismus der Arbeiterklasse in der Gesellschaft, den sie irgendwie schon mehrmals unter Beweis gestellt hat und in Zukunft noch viel mehr unter Beweis stellen muss, weil das Einzige, was die Bürgerlichen und das Einzige, was die Sozialpartnerschaften wie heute garantieren kann, sind nur Angriffe. Schlussendlich ist es unsere Verantwortung, diese Bewegung zu nützen, um diesen Klassenkompromiss zu entlarven und diesen Griff der Reformisten auf die Arbeiterklasse zu lösen, weil insbesondere in Österreich, das gilt auch für Europa, weil insbesondere in Österreich ist eine soziale Revolution nicht denkbar, ohne die Reformisten der Sozialdemokratie und in der Gewerkschaft zu besiegen. Applaus